. Mega-Überraschung, Jessica Pastzka fliegt bei Lett und Raute X 27 Semi-Kolonis-Tanze. . Mit nur schwachen 16 Punkten heißt es für ein Tanzpaar nun endgültig Adieu, Jessica Pastzka, 27, und Robert Beitsch, 26, sind raus. Mit dieser Mega-Überraschung hätte wohl niemand gerechnet. . Die Ex-Rosenladi musste sich im direkten Votingstechen ausgerechnet TV-Koch-Kakall geschlagen geben. . Der konnte der Jury zwar nur 10 Punkte abbringen, sorgte mit seiner sympathischen Art bei den Zuschauern aber ganz offenbar aber für einige Lacher. . 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 und die Jury gleichermaßen. Die Bauti-Expertin konnte, Jorge González, 50, und Joachim Lambi, 53, satte 26 Punkte abbringen und sich damit mal wieder selbst steigern. Bis zum nächsten Mal.